Grüß euch, hallo, hallo, willkommen zurück bei Rainbow Six Siege, mit dabei sind Adalo, der Kapuze, der Saxion, der Alex Hallo, Freunde, ich hab jetzt mal, genau, wenn jemand hier wen spielen will, vor allem mal den Lassi-On Lassi-On, das ist ein krasser Dude, also ich würde auch gerne den neuen Operator probieren, aber ich lasse euch gerne in den Vortritt Wie willst du denn, Lassi-On oder Lea? Lea Lustigerweise finde ich den Operator, der mir optisch am absolut wenigsten zusagt, vor allem auch wegen den Shorts, sind die am besten von den neuen Das passt voll zu dir, finde ich Lassi-On Optisch sieht halt Aayla am geilsten aus Ja, das Bild ist schon cool Sieht viel zu hart in den Haaren, also wir haben die Julie jetzt in Rainbow Six Tautor hat eine unterschiedliche Info gedroppt, Leute Ja, ja, ja Was hat er gesagt? Julie hat Bodymodel gestanden für Ela Ohhhh, ja Ohhhh, dass er kippt einiges Ja, du, eine ganz komische Geschichte, irgendwie in Polen aufgewachsene, in Berlin studiert, in Deutschland Das ist doch echt komisch Ja, ja Ja, diese Polen und was dann Was, die sind halt in Berlin studiert? Ja, ja, irgendwie ist so die Geschichte, die war auf jeden Fall mal in Deutschland Könnt ihr, würdet ihr euch bitte ein bisschen konzentrieren? Denkt an oben zu defenden Ich mach euch oben den Dropout zu machen Ey Wahnsinn Wo ist die neue Map? Können wir die neue Map? Nicht zumachen? Die spielen, hallo? Ja, oben defenden Die neue Map wird nie kommen bei dem neuen System Am besten mal bei dem Rainbow Six System Kennt die neue Map? Wollt ihr den Dropper um Off haben? Ich hab Impacts Ja Ja, ich kann's auch Weg treten Ich bedanke mich Später Hast du Schaden kriegt oder was? Nee Aber er hat den Dropper aufgemacht Das wollen wir uns Tata Panda Isi Braun Braun Ne, da, an der Seite Wieso? Weil ich dann das Fenster machen kann Hä? Hä? Ja, mach, mach, mach Nein Das macht keinen Sinn Doch, das macht Sinn Ich will das Fenster Nein, das macht gar keinen Sinn Doch, das macht Sinn Das Fenster wird so schlecht Nein, das ist das beste Fenster, das hier gibt Das schlechteste Fenster ever Warte, jetzt kann ich die Hauptführer defenden, die da Von hier Ach, das wäre doch nicht das Problem Ich wollte von der anderen Seite defenden Richtig schlecht alles Richtig schlecht Richtig schlecht Richtig schlecht Ach, verdammt Also das wäre ja Ich hab hier doch schon meine Minen gelegt Das ist mein Raum Mein Raum? Das indische Gelaber hier Oga oga lala Waka waka Boah, ich bin richtig Alter, die Flash hört sich so geil an Zurückbarn Zurückbarn Verdammt Kommst du bitte zurückbleiben Okay Wer schießt du? Im Scheiß Vom Scheißhaus Im Scheiß Was ist da Alex? Holy fuck, ich bin Fullflashed Ja, die kommen vom Scheißhaus Die haben die Also übern IT-Room Oh shit Ich bin allein im Raum Ich bin im Park reingesprungen Der ist im Workshop Workshop? Bei mir oben oder was? Workshop Unten Workshop Wo bist du? Alex Brauche ich Hilfe? Nein, du Der Sachse braucht Hilfe, habt ihr nicht gehört? Ja, haben wir einen Sehr gut Ist drinnen übers Fenster Ist äh Ist angespreizt Mit die Mit die Die übelsten Spots Alex, ein Braufig Wo geht's ab? Fenster Äh, kniet Liegt am Fenster Im Fenster, ja Irgendein Spot Alex Rechts Also es ist einer drinnen Achso, sagt mir das doch Ich hab das gesehen Sorry Naja, der letzte ist draußen Alles easy Ah ok Immer noch Bitte sagst du die Poling gerade? Mhhh Ne Da war er Da war er Da war er Da war er Coats So Ist durch das Fenster Schon mal einer reingekommen? Weil meine Mini ist eigentlich noch da liegen Ja Er ist low Er ist low Die Ying Ja was hast du für eine krasse Wand Rottenpils aus Holz Massives Holz ist das Alter, wie viel hält der denn aus? Ja, der ist immer noch dort Leute Ja, der ist immer noch draußen Aber reflexe wie alte Kuh Der wollte ja nur baiten Ich hab ja nicht gedacht, dass er irgendwann doch rumzieht Kann man beim Baiten schon schießen Ja, Tür irgendwo In Rainbow ja, aber als Braufigspieler nicht Dann verlier's Geht bereit Ty Gut gemacht Sag's Du Profi Der war gut gemacht Sorry Ja, der ist immer noch da wo ich gestorben bin Genau von der Leiche Hat 20% Leben Hat er auch meine Fußspuren gehabt Fußspuren 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 Jakar Welche Kameras haben wir denn noch? Der ist immer noch links von mir Steppt auf jeden Fall noch am Mike Der muss ja jetzt rein Oder so Ja, an dem Ja, schön Ja, liquidiert Hallo Rasiert Ach, da hinten ist das Loch In den Popo penetriert Schön Sachse Du bist ein Wund Ein Prachtstück bist du Ataxe Heli Insta-Log Futze Futze immer gut Futze immer gut Ich will mal die neuen Smokes ausprobieren Mal gucken wie krass die jetzt sind Angeblich sind die jetzt richtig dicht Wie in Holland Aber nicht, dass du meine Wand Ich will da durchfutzen Nein, darfst du nicht Also nächste Season dann, ne? Hallo KartNP Ja? Bitte nicht meine Wand sladgen Ich will hier reinfutzen So, wie lästest du mal auf der Map? Nicht, dass du... Habe ich da gefutzt? War das denn? Ne, du hast ans Fenster angemeldet Wurde es weggeschossen Das war die Map Die war super lustig Proben Proben, da drüber Die Szene ist sogar im Westauf Echt? Sehr geil Alter, die kurze Hose läuft hier rum Übermann Komm jetzt Aufnahme aus Lieber Alex Alexander Bauchmann Hey, jetzt hast du meinen Nachnamen gesagt Oh, äh Alexander... ...Schnidlwutz Da ist der Sean Da ist der Sean Da ist Kapuze Hast du gesehen? Bin keinem Ausweich Abopo Bestauf Ich hatte mir mal Aus purer Langeweile Irgendwann wieder dieses Pete's Mirage Projekt hier angeguckt Wo die dein Jahresbester vom letzten Jahr gegeben haben, ne? Und das war ja noch zu der Zeit Wo Tautow ein bisschen rebellischer war in GTA Und da habe ich den Satz gedroppt Weil Manus irgendwie sagte Ja, der Tautow der rammt dir nur Und da habe ich irgendwie so gesagt Ne, es hat sich in der Geschichte ergeben Österreich blockiert Pete wusste nicht so genau ob er lachen sollte oder ob er das vorwerflich wenden sollte Au! Der Sachsen ist in der Mine reingelaufen Der Sachsen Siehst du? Weil er da einen bönen Witz im Österreich geklopft hat Keine, das ist sofort bestraft Welche Seite ist er? Geh mal kurz... Hat einer... Hat einer zwei unwichtige Granaten um das Jägersystem der Kapuze machen Aber ich kann keine Granaten oben rein droppen Alter, die Smokes sind ja richtig krass jetzt Was ist das denn? Ist einfach eine Wand Ja, sie haben ähm... Ah, von der... Wo ist der? Weiter hinten Ist er da irgendwo Ich habe einen Sabo um den Kapkan da dran, ne? Ich habe einen gefutzt und ich glaube ich habe ihn sogar erwischt Au! Sorry, sorry Genau in dem Moment, wo du dich bewegt hast aber über den Kapkan zählen Ja okay Hip mal wieder einen F 봐요 Oh was? Von links Ja ja, ich trordo aus dem Gang Ich wurde Full Flash Das finde ich auch vorüber Alex ist gefährd merely Nach und dort huh? 팀 Boxer Hat einen flank gemacht Also derackdarst Also die spawn treppen die Leute Mensch naht Der darf sich ja erstmal an Lieren Sag du wirst sequer geflasht Du hast die abgefangen leider Tut mir leid. Ich komm mal bei dir rein mit Sachse. Sachse lass mich vor. Links ist einer. Los genau hier hinter. Da hinter, da hinter ist er. Direkt um den Tisch. Direkt um den Tisch. Ja ist weggerannt. Rechts ist auch noch einer. Da sind alle hier. Das ist nicht geil. Hab ich kaputt gemacht? In Armory ist einer? Ja ist wieder links in den Raum rein. Wo war der? Outspot am Fenster. Aber der dürfte ihn wieder wechseln. Er ist wieder vor mir. Oder links weg. Ist wieder links am Türrahmen. Direkt ums weg. Einer hat er unten gelaufen. Kavreuer glaube ich. Oh Achtung Sachse. Ach haben sie gar nicht. Danke. Ist wieder direkt in der Tür. Ist wieder links weg. Wieder in der Tür. Wieder links weg. Eine Minute noch. Ja einer darf halt auch aufs Fenster. Muss halt auch passen Alex. Ist rechts noch einer von meiner Sicht da ist? Ich habe vorher keinen gesehen. Sachse pass auf. Du hast einen Kavkantra. Führt mich nicht. Okay ist was. Da ist immer noch einer. Okay. Aber ich habe vorher keinen gesehen. Okay wir müssen rechts rein pushen und wir decken nach links. Warte Sachse weg da bitte. Oh du stehst genau im Weg. Habt ihr gehört? Sachse? Geh mal rechts rein. Wir decken nach links. Wir müssen ihn nach links herkriegen. Dalo pass auf. Da ist er. Rechts ist auch noch einer. Vor mir. Ja. Okay. Okay ich habe einen im Raum gekillt. Oh ja. Da ist noch einer im Raum drin wahrscheinlich. Da waren zwei. Vor mir waren da zwei. Vor mir waren da zwei. Ja. Rechts am Schreibtisch. Weiter links. Viel weiter links. So an der Richtung. Noch weiter links. Noch weiter links. Ich bin geflasht echo mäßig. Ja. Zehn Sekunden. Einer ist gedowned. Ja. Gerade hast du. Okay. Bin drin. Kapkan. Kapkan. Den musst du machen. Nice. Jawoll. Gute Runde. Gute Runde. Ich habe keinen Laserpointer noch auf der Waffe. Das ist orientiert etwas. Schön. Du musst ihn nachladen ne? Ja. Wenn du schießt mit dem Schild, hältst du dann das Schild auch noch vor dich? Nein. Das ist der Nachteil. Ah Moment. Wen wolltest du spielen? Du wolltest Elan ne? Die wird ja Elan. Aber er hat den. Wenn du noch eine Runde lässt spielen, wenn dann nach einer lässt sie on. Wenn noch einer danach will. Aber Dalo erhält dir das Schild so schräg über sich. Och das macht nichts? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich habe glaube ich noch nie einer seitlich dann auf das Schild geschossen. Okay. Das ist eingefallen. Vorne ist halt frei. Ja. Aber trotzdem ist ja immer noch ein Schild. Ja. Aber den seit nicht mehr. Also nur noch dieses kleine wie Blitz hat dann sozusagen. Ja. Es geht darum. Kannst das Schild dann überhaupt noch treffen? Genau das. Oder ist das nicht mehr existent? Ja genau. So, das kannst du noch treffen. Das ist noch da. Also der Bauch ist geschützt, aber der Kopf ist frei. Und die Füße auch. Und eigentlich alles andere. Och sehr schön. Wieder. Gleich wie gerade eben. Ich denke mal, dass die jetzt oben reingehen werden. Ich denke mal, dass die schlauer sind. Leute. Der hat die Drohne genau in der Sachse gepackt. Der hat die Mauer hochgezogen und hat dadurch die Drohne kaputt gegangen. Aha. Braun. 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 Ich geh da. Alter. Ist alles komisch in diesem Spiel. Das brauchen wir eigentlich auch mit Hilfe glaub ich langsam. Wer ist er hier? Ich bin in Berlin. Boah! Denk dran nicht die falsche Seite machen hier, ne? Stahlum machst du's wieder ran? Nö. Dann meckerst du ja wieder nur. Beim Alex hat er nix, der schimpft dich gleich. Ich kann wirklich nicht Alex, ich hab grad mal einen guten Platz bekommen. Nee grad so gut. Kannst du wirklich nicht? Ja. Ich steh halt grad optimal. Alex brauchst du noch ne Wand? Ja. Ja. Falsche Seite Tau Tau. Ich eh. Auf der rechten hier. Ja, ich mach die. Ja, ich mach die. Mach die da ruhig. Mach die ruhig. Das ist mein typisches Master, die falsche Seite. Bei Alex musst du immer die anderen nehmen. Immer die, die keinen Sinn machen. Ah ja. Mach hinten was schönes. Hallo Alex. Ich lass die auf, ne? Ja. Wie du wüsst. Ich schmeiß dich unten durch. Du willst, das war ne Info für mich. Achso. Alles gut. Laufen. Durch diese... Kürzen Dinger. Der Sachs hat immer unten auf. Ne, unten ist immer offen. Muss ja gelüftet werden. Muss ja gelüftet werden. Sagen sie mir Tag doch von der Tür. Hau da am Fenster. Hier oben. Jaja. Alles bug. Boah, ich bin geflasht. Ne, nix. Ist bis jetzt noch keiner drin. Alter, der hat den Null rutscht, dass die Waffe... Oh shit. Ich bin gespottet. Geht nach da hinten. Hinter die Dings. Ne. Na stimmt. Von was bin ich gespottet, bitte? Hm? Irgendwo ist eine verdammte Drohne. Da ist der Bug down. Snack. Der war bei euch, dass der am Fenster ist. Das war der Bug. Ich weiß, ob sie gehört. Die kleine Bug. Genau. Er seilt sich. Hat er geschrieben, er ist salzig? Er seilt sich. Hat er geschrieben, er ist salzig? Vielleicht bei uns? Ich war aber jetzt auch salzig verstanden. Ey, was war das? Okay, hier in den Vorraum sind auch welche. Ja. Machst du das da noch? Ja. Okay. Da ist wieder einer Fenster. Ich bin jetzt aber eingekehlt. Karin. Schön. Du hast den in den Vorraum? Ja, ich bin mit im Vorraum. Ganz unten. Unterm Dropper. Ich wollte nach unten gucken. Und er nutzt das um nach unten. Ja, hab den hinter uns. Ist einer drin? Ist einer drin? Das dreist. Im Fenster. Ja, ist beim Fenster. Einer immer noch mit. Der Fenster ist down. Ist wieder raus. Er ist down, ist down. Der letzte ist unten, der läuft unten rum. Kapuze zielt aber schon richtig. Sachse rechts. Kapuze sieht auf jeden Fall zuerst. Ja, ja, ja. Alles easy. Du siehst ihn zuerst, Jones. Da wo er auskommt? Da am Seck? Ja, entweder da oder leicht links. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, wo du ihn sehen kannst. Genau. Entweder rote Wand oder blaue Wand. Der nimmt halt einen ganz anderen Weg, aber da bist du halt trotzdem safe. Ja, da muss ich jetzt nur da hin. Ich lieg im Klo. Du hast übrigens ein plumpes Klo kapuze, ne? Da lieg ich oben. Da liegs voll drin. Ich dachte schon, der Elbung wird zu warm. Wenn man die Waffe wechselt, dann kann man nicht sofort schießen. Ist euch das aufgefallen? Ja, Waffe wechseln ist irgendwie langsamer geworden. Guck mal, jetzt wechsel ich. Jetzt hab ich geschossen, das ging nicht. Das dauert ewig. Ja, das dauert ewig. Das war schon immer so schlecht. Jetzt hat das ewig dauert. Ne, das ging schneller mal. Guck mal, wie durfte der Typ hinter links. Was will ich denn? Der kommt gerade von zwei Stunden ins Pizze kurieren. Ich schau mal, was er haut. Wer war dran? Schaut doch. Der Pizze kurieren gerne. Leute, das war eine schöne Runde. Schaut mal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Brauch!